...dich anprobieren, ausprobieren wollte. Einmal das von letzten Monat noch. Gory. Cuddly Carnage. Leute, die meine Monatsvorschau gesehen haben, wissen Bescheid. Wo ich auch gesagt habe, so hey, ne? Das sah... Das sah doch eigentlich ganz ordentlich aus. Ich habe... Ich habe eine Katze. Ich habe Gore. Und ich habe Action-Kampfsystem. So, und außer das Action-Kampfsystem ist halt vollkommen für die Tonne. Oh, ich kann sogar Language-Deutsch. Oh mein Gott, wollen wir uns das mal antun? Grafik-Modus Performance. Eingefärbtes Blut, wenn du diese Option aktivierst, erhältst du eine freundlichere Farbe. Nein, komm. Oh, deutsche Synchro auch noch? Let's fucking go. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Hallo, ich bin's. Gory, die Katze. Drücke eine beliebige Taste. Jetzt bitte Speicherplatz wählen. Schmuse-Katze, Haus-Katze, Gassen-Katze. Machen wir einfach mal. Ich glaube, das ist der normale Modus, ne? Ja, bei Patreon ist 5 Euro Tier für alle Inhalte. Tag 243 im Orbit. Mein Motor tut weh. Die Nächte sind so geil. Ich habe auch per Anhalter durch die Galaxis gesehen. Ein Reaktor ist trocken und die Sonne ist so geil. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Jeder Morgen ist eine leere Leinwand. Zeit, den Traum zu jagen und... Fehler inspirierendes Zitat 542 nicht gefunden. Sch***. Sch***. Mit familienfreundlichen Spracheinstell. Ich habe mir wohl was von diesem sexy ferngesteuerten Auto eingefangen. Muss mich checken lassen. Deine Wartungsarbeit taucht nichts. Ich versuche mein Bestes und habe doch keinen Arm. Kann ich mich wieder umstellen. Nachrichten. Ob die Crafter, vielen Dank für das Abo. Ob die Crafter, vielen Dank für das Abo. Ob die Crafter, vielen Dank für das Abo. Das heißt, die Katze kann nicht reden. Das heißt, ich höre jetzt die ganze Zeit das Skateboard reden. Bitte nicht. Vielleicht haben die ja im Englischen die Stimme wie die Aliens aus Aquatea Hangar Force. Trinkstoff erwähnt. Wie sollen wir zurück auf die Erde kommen? Gori? Warte, Moment mal. Was machst du in der Luftschäuse? Meine kinderfreundliche Software lässt mich nicht fluchen. Aber ich meine es verfi***t ab. Sch***. Häng es ab. Boah, Pinlo. Aber ich glaube, das ist auch... Das ist aber eher das Writing sogar noch als die... Als die Sinfo. Gori. Das schnurrende Haustier. Es ist Nüssezeit hier. W***. Also, wenn du schon zensierst, dann sag mir das so. Oh, das ist cringe. Das ist richtig, richtig cringe. Vor allem, weil es so... Weil es so gefühlt nicht auf... Hahaha, wir machen uns selbst lustig, sondern wir versuchen tatsächlich irgendwie cool zu sein. Ich empfange ein Signal vom Schiff der Professoren. Los, mein Katzenfreund. Okay, das heißt, ich benutze dann das Gateball ja zum Angreifen. Okay. Bist du dann auch noch irgendwie... Ein ganz normal Dreier-Kombo. Heavy gibt's nicht. D ist dann... Okay, Ausweich. Doppelsprung. Das heißt, ich habe bisher... Ich habe eine Angriffstaste. Gedrückt halten, habe ich nix. Ein Pause kommt, scheint es mir auch nicht zu geben. Okay, gut. Also, das heißt, die... Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was hinzu. Oh, let's go. Sunset Overdrive lässt grüßen. Ich wüsste nicht, in welchem anderen Spiel du sonst automatisch noch auf einem... auf einem Auto hoch springst. Als wäre es ein Trampolin. Das kenne ich ehrlich gesagt nur aus... nur aus Sunset Overdrive. Okay, das heißt, das ist die... die Währung nicht kaputt machen kann. Das Auto kann ich für Energie kaputt machen. Ansonsten die Umgebung noch. Die Herzen, die explodieren. Die Sachen kann ich nicht kaputt machen. Berliner Zimt-Schnecke. Okay, aber die Energie ist ja nur etwas, was dann... Okay, die ist eh auch von der Zeit, alles klar. Machen die Schultertassen irgendwas? Nee. Bumper machen das ja auch nix. Das war die Frank-Zeitschleife. Die Frank-Zeitschleife ist ein Lahnzeichen von Cooltons. Häufiger gebauten Frank-Zeitschleife... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, warte mal. Redo Checkpoint jetzt. Jetzt wird aber die Sprache auch geändert. Oh no. Das ist immer noch kacke. Ich meine, es ist ein bisschen besser, weil es nicht die deutsche Anime-Stimme ist. Aber das Writing wird natürlich dadurch nicht irgendwie automatisch besser. Aber es ist zumindest ein bisschen erträglicher. So, die Sache ist, es fühlt sich halt leider an, so ein bisschen wie Claptrap. Weißt du weniger wie die Aliens aus Arcade and Hunger Force und mehr wie Claptrap. Und gerade in 2024 solltest du einfach nicht mehr versuchen, Claptrap zu emitieren. So, gerade dieses, hey, ich mache einen nervigen Begleiter. So, hier ist ein Charakter, der auch die einzige Stimme hat. Und dann machen wir die Figur absichtlich nervig, wo ich mir denke, ja, das ist der permanente Begleiter, den du hast. Äh, okay. Ich weiß nicht, ist das das, was die Entwickler tatsächlich lustig fanden? Wollten sie einen damit nerven? Oder war es so, wir versuchen die zwölfjährige Zielgruppe abzugreifen? Weil ich hätte einfach gerne davon so mehr die Pulpy-Variante, die sich dann vielleicht auch ein bisschen ernster nimmt. Und dann aber wirklich in diesen, sich mehr in diesen Gore rein versetzt. Du hast dann vielleicht immer noch eine, weil das könnte vielleicht lustiger sein, du hast immer noch eine Katze, die nicht reden kann und die sich ganz normal verhält. Aber du hast dann halt richtigen Hardcore-Gore. Weißt du, vielleicht ist dann der Companion, den du hast, den du darüber redest, das dann vielleicht auch gar nicht so toll findet. Und davon immer ein bisschen verstört ist, wie die Katze drauf ist. Also da könntest du, du könntest tatsächlich was damit machen. Aber das, das gibt mir halt vom Writing her alles so Omega-Cringe-Vibes. Aber ich meine, so spielerisch, so es fühlt sich gut an auf dem... So ich kann wirklich sehr, sehr leicht in die Turns gehen. Es wird halt sofort das Momentum ein bisschen rausgenommen, dass du dich einfach umdrehen kannst. Und wenn du da aber Gas gibst, dann steigt die Geschwindigkeit auch wieder. Der Doppelsprung geht instant auch nach oben. Das heißt, wenn du so den ersten Sprung machst, das ist für die horizontale Distanz und dann der zweite ist so für die vertikale Distanz. Was wahrscheinlich auch dann sehr leicht dafür sorgen kann, wenn du hoffentlich irgendwann irgendwelche Launcher machen könntest, dass du dann leicht hochgehen kannst, um mit den Charakteren zu interagieren. Du hast eine gute Reichweite dafür, aber mehr außer eine Angriffstaste Spam kann ich halt momentan noch nicht machen. Also ja, spielerisch bin ich auf jeden Fall angetan. Alles andere, not so much. Okay. So auch dieses, weißt du, dieses Fluchen und dann wird es eben zensiert. Das ist so, das ist so etwas, was du, also gerade wenn du das Zensurgeräusch hast, das ist eine Sache, die kannst du halt zwischendurch mal machen. Naja, wenn du, wenn du einen Charakter hast, der eben nicht oft flucht. Und dann, wenn er dann flucht, okay, dann wird es aber irgendwie zensiert, dann kann das auch funktionieren. Aber wenn du halt permanent am Fluchen bist, dann ist es so dieses, oh, der, der Joke ist, dass ich, yeah baby, der, der Joke ist, dass ich eigentlich nicht fluchen darf, aber ich mache es trotzdem und dann wird es zensiert die ganze Zeit. Es geht halt instant auf die Nerven. Das ist so wirklich Humor von 2004. Und das Schlimme ist, dass es wahrscheinlich von Leuten sind, die genauso alt sind wie ich. Das ist das Gefühl, was ich, das ist das Gefühl, was ich leider bekomme von Leuten, die auch so 30 sind, aber immer noch den, den Humor von, von einem 13-Jährigen haben. Aber von einem 13-Jährigen aus 2004. Das macht es, wenn ich noch mal schlimmer. Trinkt mir eigentlich die, die Energie ist für den, für den Boost hier da, oder? Ne, da geht es noch ein bisschen dann runter. Ich habe irgendwie unendlich, ich weiß nicht, was mich überhaupt hätte alles treffen sollen, damit ich diese 20 Health Stations irgendwie bräuchte, um Energie wieder zu kriegen. Ich habe zwar RB, um das zu machen, aber scheinbar geht er auch automatisch drauf. Ich brauche nicht grinden, ich fahre einfach oben auf der Tafel drauf. Erinnere mich an Conker mit dem Fluchen. Ja, ich meine, Conker ist halt teilweise auch ein bisschen cringe, sind wir mal ganz ehrlich. Aber da war es zumindest noch nicht so, da war es A, nicht so ausgelutscht und B, hattest du noch einen anderen Kontext, weil es eben auf dem N64 war. Plus das ganze Spiel war eben auch dieses, so, okay, du hast hier Great Mighty Poo und eine Blume mit riesigen Brüsten und sowas. Das hat dann, das war der ganze Vibe des Spiels und das ist hier, weiß ich nicht. Also, wir wollen es irgendwie edgy machen für Zwölfjährige. Okay. Ich denke, das ist irgendwo, warte mal, was ist das? Wann kann ich das machen? Nein, ich versuchte da nur. Okay. Okay. Ich habe jetzt nicht den, nicht den Moment gesehen. Woran erkenne ich denn, dass ich die dafür benutzen kann? Warte, wir gehen einfach nochmal einzeln so durch. Den Button Spam, ne. Müssen die irgendwie eine bestimmte benommene Animation haben, aber die sterben halt alle vorher. Okay. Okay, I don't know. Das ist halt leider auch einfach so ein bisschen Button Spam, ne. So, halt, ne Halt RT gedrückt und macht dann, macht dann X und dann machst du eben automatisch diese, direkt diese Superattacke. So, das hat mehr was von einem, von irgendeinem Musso-Spiel tatsächlich, aber dafür habe ich dann nicht die, die Gegnermassen. Jibbi, 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 jibbi. Also, ich meine, ich mag den, ich mag den, den Vibe, das ist halt so ein bisschen wie so ein Xbox 3, das fühlt sich an wie so ein, ne, Xbox 360 Spiel in der, in der Richtung von einem, von einem Web oder einem Splatterhouse. So, solche Titel. Und das, also, ich kann mir, ich kann mir instant die Unreal Engine 3 Version von dem Spiel vorstellen. Yeah, let's go. Vielen Dank, Maxi. Vielen Dank für das Vorhaber. Ich hoffe, die Klausurphase lief in Ordnung. Ich weiß noch, wie das war. I remember having Klausuren. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, ich habe so, ich habe so ein bisschen Nostalgie für Klausurenphase, aber das liegt weniger an den Klausuren, sondern mehr diese, ähm, die Tatsache, dass wir dafür zusammen gelernt haben, halt in der Uni. So, ich, das ist das, ich muss das, ich muss das eigentlich davon trennen, weil das, was ich vermisse, ist nicht einfach die, die Klausurenphase oder die Klausuren an sich. Sondern das, was ich vermisse, ist diese, äh, enge Zusammenarbeit. Einfach so die zwei, drei, also, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns immer von den Semestern über uns die Klausuren geben lassen, die alten, und haben dann das aufgeteilt, dass dann wirklich, ne, wenn wir jetzt irgendwie so ein Pool von, sagen wir mal, 30, 30 Fragen für jetzt irgendwie, keine Ahnung, was war das zum Beispiel, ein Fach, so Steuerlehre, Jahresabschluss hatten wir. Genau, täglich, täglich Foto. Was, was ist, was mache, womit mache ich Foto? Weil, habe ich gerade ein Foto genommen? Ich weiß es nicht, welche war die Taste? Egal. Na, so, sagen wir einfach mal, Steuerlehre, äh, Steuerlehre, Jahresabschluss, und da hatten wir so 30 Fragen, und dann haben wir uns mit einer Gruppe von so vier, fünf Leuten aufgeteilt. Jeder hat dann eine gewisse Anzahl von diesen Fragen genommen und die dann so gut es geht, so ausführlich und gut es geht beantwortet. Nee, dass, dass du in diesen Fragen richtig, richtig gut warst. Und dann haben wir das, das zusammengelegt, dass du dann so ein ultimatives Lerndokument hast, von irgendwie so 40, 50 Seiten. Und das konnten dann alle Leute benutzen, um damit für die Klausur zu lernen. Und dann hat man das einfach nochmal genutzt und hat es dann Stück für Stück runtergebrochen, dass du, dass du es irgendwann so hattest, dass dieses 40 Seiten Lerndokument nachher noch auf so zwei, zwei, äh, zwei Seiten gepasst hat, die du dann noch so die letzten paar Sachen auswendig lernen konntest. Ja, und dann irgendwie ganze Abende verbracht, irgendwie nebeneinander die, die Sachen dann zu, zu ballern, währenddessen irgendwie Musik laufen zu lassen, zwischendurch irgendwie einen Döner oder bei McDonalds was essen zu holen oder so. Ja. 1.0 extrem, sehr geil. Glückwunsch. Okay, lock on to enemies. Okay. Und das ist halt mehr so die, die Sache, die ich daran vermisse. So, Klausur, Klausurphase bei uns war, war fast schon eher so Lahn-Party-Style dadurch. Okay, das eigene erscheint einfach irgendwann, aber ich habe keine Ahnung, wie ich, wie ich das hervorrufen kann. Okay, bei diesen, bei diesen kleinen Fitzel-Gegner brauche ich ehrlich gesagt kein Locker. So, mal ganz ehrlich. Ja? Kommst du auch, kommst du auch zu mir oder muss ich jetzt die Gegner suchen? Also ich habe schon irgendwo Spaß, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich, dass ich das so ein bisschen mit der, ein bisschen mit dieser Ära verbinde. So, ja, ich kann jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen, indem ich dann hier drauf, drauf rumgrinde. Weißt du, und dann, boah. Und dann, boah, so von oben runter, jetzt habe ich zwei Pipi-Punkte und jetzt habe ich drei, dreimal Pipi. Und dann kannst du wahrscheinlich auch noch irgendwie Spam oder so. Ja, du weißt du, das ist halt okay, ne? Ich mag auf jeden Fall, dass du, dass du hier auf das Movement setzen musst auch. Aber es fehlt so das Interessante da dran. So, das Gegner-Design müsste halt noch besser werden. Ich bräuchte ein Moveset, was aus mehr Sachen besteht, außer X-Button und X-Button plus Turbo-Button. Was, Apfelmann hat wieder Videos gelöscht? What, wirklich? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt, aber ich kann ihn unter Apfel nicht mehr finden, den Kanal. Was war das? Was war das? Aiden-CTOS, ne? Der finde ich jetzt auch nur einen anderen Kanal. Oh, keine Ahnung, ich müsste wahrscheinlich über die Links oder so drüber gehen. Oh, lol. Ich habe echt keine Ahnung. Also, ne, ich will, ich mag, ich mag ungern irgendwie so eine Ferndiagnose machen, aber ist das, keine Ahnung. Weil, warum, also entweder ist es halt so die extremst große Unsicherheit oder irgendwie so schizophrenes Verhalten. Dass du dann permanent irgendwelche Dinge löschen musst und denkst, oh, was ist da? Und es ist so weird irgendwie. Out of fuel. Da musst du mir immer den Sauchen Apfel beißen, lol. Kartoffel. Alter, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein richtiger Kanal ist. Oder wer damit gemeint ist mit dem Kartoffelkönig. Wie auf jeden Fall kein schlechter Kanal-Name. Ich habe zu Recall ein Video auf dem Hauptkanal. Fand Recall ziemlich enttäuschend. Okay, ich dachte, ich kann das Auto irgendwie dabei kaputt machen. Also jetzt. Okay, wahrscheinlich will der, dass ich das dann so nebenbei mache, aber brauche ich jetzt auch nicht so sehr, ne? Wow, okay, Dash auf dem Boden machen, nimmt ihr einfach vollkommen das Tempo raus, alles klar. Oh, fuck yeah, Toy Store. Oh, fuck yeah, Toy Store. Bro, was ist das für ein Writing? Ich bin 12 und das ist lustig. Das ist wirklich auch ein, das ist wirklich ein Kanal? Bro, was? Okay. I guess. I guess, dann habe ich gleich was zum gucken. I don't know. Ich will einfach, die ganzen Leute würden verschwinden, ey. Ich wünsche, die Leute würden irgendwas machen, was es tatsächlich würden. Wait, was ist das? Okay, das ist free. Was ist Bash? Ey, endlich eine Y-Altacke. Okay. Six seconds, tue mal Slam Wheel Hang Time, okay. Aber kann ich gar nicht für Frank auch das Upgrade holen, dass er die Fresse hält? Boah, jetzt kann ich die Schilder endlich kaputt machen. Keine Heavy, das ist wahrscheinlich einfach so ein Stun dann wahrscheinlich. Das Sound-Effekt ist komisch. Das kann ich aber auch hier mit kombinieren dann, ne? Ja, das ist dann so ein bisschen... Ich meine, das sieht... Die Animation davon ist cool. Hier kommt die Energie raus. Das war's dann. Dann kann ich jetzt wieder... Gibt es da eine Abkürzung oder muss ich den kompletten... Den kompletten gleichen Weg jetzt den Tunnel einfach nochmal zurückgehen? Ich meine, das ist halt auch nur so ein extra Step, oder? Das ist so... Wo wir gerade bei... Wo ich gerade nach ReCore gefragt wurde. Ich meine, das erinnert mich dann dann direkt an, wenn es so... Hey, hier ist der Gegner, bei dem wir die Farbe machen. Das war halt echt das beschwertste Kampfsystem aller Zeiten, was wir sich dabei gedacht haben. Das war so eine Kindergarten-Kacke. Hey, wirklich so... Oh, das ist der grüne Gegner. Da nimmst du die grüne Waffe. Das ist der blaue Gegner. Da nimmst du die blaue Waffe. So, okay. Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die ich ansonsten noch treffen kann? Nein. Haben die Waffen irgendwelche anderen Properties? Nein. Du nimmst einfach die Farbe, die Waffe, deren Farbe gerade angezeigt wird. Das ist halt wirklich so, it goes into the Square Hole. Ja, das war... Das war mega cool. Okay, das bringt die Gegner wenigstens die Luft. Weil dann mache ich so einen... So einen automatischen... Äh... Shinobi PS2 Move. Oh, das war geil. Alter, ohne Scheiß. Wenn ihr noch nie... Ähm... Shinobi auf der... PS2 gespielt haben solltet, macht das mal. Das ist wirklich... Sackhartes Spiel. Ich habe bis heute... Den... 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 Finalen Boss nicht ge... Nicht gelegt. Ich meine, ich habe das auch nur... Ich müsste halt wieder komplett reinkommen und dann nochmal neu versuchen. Aber das ist... Oh, das ist immer noch so einzigartig. Verbindet auch... Hat auch sehr gutes Platforming, ehrlich gesagt. Auch in den Leveln. Gerade für so einen 3D-Action-Titel. Ich glaube, somit das beste Platforming in einem 3D-Action-Titel. Das Kampfsystem ist natürlich komplett darauf ausgelegt, dass du... Dass du Bosse in... In einer Aktion tötest. Aber meine Fresse ist das befriedigend, wenn du das dann wirklich hinbekommst. Aber dieser letzte Motherfucker, dieser komische fliegende Priester... Das ist so ein... Meine Fresse. Ich meine, der Level auch schon überhaupt dahin zu kommen. Das war schon eine extreme Geduldsprobe. Das wäre eigentlich geil, wenn Sega das mal ordentlich porten würde. Das wäre richtig cool. Das war exklusiv für die Playstation 2. Ich glaube, das sollte so ein Ding sein, was... Was ganz gut auf... Ich muss einfach mal einfach drauf... Ich glaube, das läuft gut auf OPL oder so. Ich glaube, das lässt sich auch vernünftig emulieren. Nein. Aber das kann ich nur wirklich mal empfehlen, falls ihr es noch nie aufprobiert haben solltet. Das ist so ein bisschen untergegangen. Das hat auch leider nicht besonders gute Bewertungen gekriegt. Auch weil es eben ein bisschen stärker reinhaut. Also das... Das... Das spielt im Teil wirklich keine Gefangenen. Ich weiß noch, glaube ich, an dem sechsten Boss oder so. Das ist dieser blinde Motherfucker in dem Gang. Holy fuck, ey. Da saß ich, glaube ich, eine Stunde dran. Und dann schaffst du es irgendwann diese... Ne, weil die Sache ist, du... Du musst es schaffen, eine gewisse Anzahl von... Von Gegnern in einer... Oder von irgendwelchen, sagen wir mal, teilen. Fatigue kann alles Mögliche sein. Davon acht Stück in so einer Combo zu attackieren. Was sich jetzt gar nicht so schwer anhört, aber dann tatsächlich deutlich... Deutlich schwieriger ist. Wenn du das hinbekommst, dann killst du halt alles auf einen Schlag. Wenn du das nächste... Wenn du dann als letztes eben... Ne, wenn du der... Der Boss die... Der achte Schlag in dieser Trefferreihenfolge ist. Aber es müssen halt acht verschiedene... Verschiedene Sachen sein, die du damit... So markieren kannst. Und jeder Boss hat eine Möglichkeit, den eben damit Insta zu killen. Nur, dass du, glaube ich, den letzten Boss... Bei dem musst du das so zwei, dreimal... Den musst du quasi so zwei, dreimal Insta killen. Oder das war, glaube ich, die Art und Weise, wie die Scheiße rauskam. Und dass du überhaupt die Möglichkeit hattest, das jetzt umzusetzen. Die war, glaube ich, deutlich, deutlich schwieriger umzusetzen. Aber ja, das ist dann meistens so ein Titel, wo du... Eine Stunde an einem Boss hängst. Und dann der versucht, bei dem es klappt. Und der geht dann so 30 Sekunden. Und dann fühlst du dich wie der geilste Motherfucker auf dem Planeten. Und die Level haben eben auch ein ordentliches Tempo, weil du... Ständig Lebensenergie verlierst. Also, das macht so viele Sachen, die könntest... Da würden die heutzutage Leute einfach instens auf das Dach steigen. Weil an sich hast du dadurch einen Soft-Timer. Durch die Lebensenergie, die dir permanent runtergeht. Oh, das ist so funny. Ich habe mein Interesse an Shinobi gerade stark verloren. Also, es ist eben ein sehr hartes Videospiel. Ich meine, die Level sind kurz genug, dass es jetzt nicht so ein Problem macht. Und du hast natürlich auch dann Wege, Lebensenergie wieder zurückzubekommen. Also, das ist quasi dieser... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Dieser Dämon, den du dann irgendwie hast, mit dem du in den Symbiose eingehst. Der zieht quasi die ganze Zeit Energie. Und wenn er diese Energie nicht bekommt, dann zieht er dir irgendwann die Energie ab. Und das heißt, du musst dann eben konstant vorangehen und eben konstant die Gegner auch in einem gewissen Tempo töten. Damit du selber nicht die Lebensenergie abgezogen bekommst. Und deswegen meinte ich, das ist ja dann dadurch eben so ein Soft-Timer. Du hast jetzt nicht ein übergreifendes Zeitlimit für den Level, sondern du hast eben immer so einen... Ne, das ist so... Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit... Ja, kann ich auch mal was machen? Darf ich mich irgendwie bewegen? Okay. Ich habe zwar X gespammt, aber keine Ahnung. Ich habe zwar X gedrückt, aber es ist nichts passiert. Äh, egal. Ja, ich glaube, da wird nichts weiter passieren, wenn ich das jetzt... Ah, get it? Get it? Ich meine, das ist ganz cute, dass da oben... Dass da oben acht... Ne, acht steht. Für... Ah, jetzt hast du dein neuntes Leben verloren. Haha. Ähm... Ja, also ich glaube, wenn man... Wenn man so Titel von der... Weißt du, wenn man so wet... Mag... Dann ist es... Dann kann man, glaube ich, für sowas schon eine gewisse Affinität empfinden. Aber das Writing ist einfach zu schlimm. Dass wir einfach, wenn das so ein... Halt die Fresse... Warte mal, kann man das vielleicht machen? Kann man vielleicht wirklich so einen Halt die Fresse Modus aktivieren? Leider, ich sehe... Äh, nicht die Möglichkeit. Ich sehe nicht die... Nicht die Möglichkeit hier Audio. Ich meine, du kannst halt Speech-Video auf... Ich glaube, so ist es besser. Ich glaube, das ist wirklich die... Die bessere Möglichkeit, das... Das Spiel zu spielen. So, alle halten die Fresse. Das ist doch super. So muss das sein. Oh, ich habe direkt... Direkt drei Punkte mehr auf der Bewertungsskala bekommen. Ja, kann ich damit überhaupt richtig? Okay. Ich meine, Scoring-System scheint jetzt auch nicht so besonders ausgearbeitet zu sein. Aber einfach ein bisschen rum, grind ein bisschen... Setz die starken Attacken ein, wenn du kannst. Die Kamera müsste, glaube ich, vor allem ein bisschen weiter weg. Die Kamera müsste ein bisschen weiter rauszoomen. Ich bin jetzt auch kein, ehrlich gesagt, so Fan, dass du die ganze Zeit von irgendwas, ich weiß, du kannst hier diesen Schild benutzen, aber vor allem, wenn du weiter weg bist und du wirst dann einfach offscreen die ganze Zeit von irgendeiner Scheiße getroffen. Das zieht ja nicht viel Lebensenergie ab, ich glaube jetzt nicht, dass das den Schwierigkeitsgrad ausmacht, aber es ist einfach auch ein bisschen nervig, wenn dann permanent so der Bildschirm sich kurz rot färbt dabei, weißt du? Ja, aber ich glaube, ich glaube, das sollte es für den Eindruck gewesen sein. Also ja, so maybe, naja, wenn man auf so die 6, 7 von 10er Spiele von der Xbox 360 steht und dann die Stimme ausstellt. Ich glaube, da geht's. Das ist halt echt schon, das sind halt echt schon ein paar Stipulationen, die man dazu packen muss. Leute, was war das, was war das jetzt, der Kartoffelkönig? Aber was ist denn eigentlich, wenn ich Apfel und wenn ich, wenn ich Woke Apfel eigentlich?